willkommen zurück bei mir auf dem kanal schönen abend euch mir ist spontan etwas eingefallen nämlich dass ich beim letzten video ein klitzekleines detail habe unter den tisch fallen lassen welches in die thematik sehr gut rein gepasst hätte wie der titel schon sagt geht es natürlich wieder um diesen kunstbegriff des kriegswaffen ähnlichen halbautomaten und zwar folgendes wir haben hier wieder diesen schönen katalog aus den 60er jahren schätze ich mal und ganz oben ist ein deutscher nachbau des m1 carbine abgebildet von der firma ärmer ist ein selbstlade gewehr im kaliber 22 das original ist von den us-streitkräften im zweiten weltkrieg und auch im vietnamkrieg verwendet worden und angesichts dieses hintergrunds stellt sich für mich jetzt und wahrscheinlich auch für viele andere folgende frage würde dieses gewehr auch als kriegswaffen ähnliche halbautomat gelten oder aber fällt das gerät aus dem raster schlicht und ergreifend weil es ein holzgewehr ist also die meinung von frau faser dazu würde mich tatsächlich mal interessieren denn die gute frau geht ja sehr offensiv mit diesem begriff hausieren ohne allerdings wirklich eine definition da zu nennen was das nun eigentlich wirklich sein soll also ja ich bin durchaus der meinung diese frage birgt einigen diskussionsstoff wobei machen wir uns mal nichts vor im worst case würde auch bei diesem gewehr die gute frau faser wahrscheinlich keine gnade walten lassen denn vor einiger zeit hat sie ja verlauten lassen halbautomatische waffen im privatbesitz die bräuchte man angeblich gar nicht also man kann davon ausgehen dass auch dieses gewehr aus dem verkehr gezogen werden würde aber wie gesagt die auch die grundsätzliche frage die würde mich wirklich mal interessieren dann haben wir hier noch eine geschichte die auch sehr gut in so eine diskussion passt wir haben hier drei ruger 10 22 ist auch ein selbstladegewehr in kleinkaliber die dinger sind sehr weit verbreitet weil sie sich ähnlich wie eine glock bis auf die letzte schraube perfekt an den schützen anpassen lassen oben seht ihr das grundmodell und die beiden unteren exemplare haben einen austauschhaft und die zwei gewehre unten die wollen jetzt die waffen gegner und leute wie frau fäser ganz schnell aus dem verkehr gezogen haben einfach nur weil sie so böse aussehen übrigens nicht nur diese leute bei einem dsb zweigverband ist vor einiger zeit mal eine disziplin abgeändert worden so dass solche schäfte wie der ganz unten dort auch nicht mehr benutzt werden dürfen das zeigt eigentlich ganz deutlich auf wessen seite der dsb eigentlich ist spoiler alarm nicht auf seiten der schützen der alles entscheidende punkt ist jetzt aber folgender die drei gewehre funktionieren allesamt vollkommen gleich die haben lediglich eine unterschiedliche außenhaut aber ansonsten ist die funktion vollkommen identisch und deswegen ist es auch so fucking unsinnig eine waffe nur aufgrund der optik aus dem verkehr zieht zu wollen die waffen gegner gehen unfassbar oberflächlich an so etwas heran da wird sich überhaupt nicht richtig in die materie eingearbeitet sondern man benimmt sich wirklich wie ein bockiges kind so nach dem motto nee das mag ich nicht komm ich will das nicht haben ja das waren so meine kleinen gedankengänge zu dieser aktuellen diskussion die durchaus mal ins bundesinnenministerium getragen werden sollte vielleicht geht dem ein oder anderen da mal ein licht auf wenn man diese argumente mal vorträgt vielleicht aber auch nicht ich gehe eher von zweiteren aus so ja mit diesem kleinen video schicke ich euch jetzt ins verdiente wochenende und wir sehen uns beim nächsten mal ach übrigens reminder wenn ihr der vfäser in die suppe spucken wollt dann werdet fördern mitglied beim vdb wir sehen uns